So, Halli Hallöchen, willkommen zurück zu einem neuen Part von We Were Here Forever. Ja, Part 12, wenn ich richtig gezählt habe, das habe ich auch. Der Sub ist natürlich auch wieder von der Partie, guten Tag. Hi. Irgendwo da hinten. Ja, ich wusste gerade meinen Fensterrolladen hier zu machen, weil die Sonne jetzt gerade hier mir genau in die Fresse scheint. Ah, wunderbar, wer kennt es nicht. Genau, ja, und zwar, wie ihr hier seht, genau, die große Kugel wurde im letzten Part nach oben gezogen, aber man hat ja auch schon bei mir gesehen, die Lichter gingen nicht an, irgendwas schon mit der Elektrik nicht, deswegen geht Sub's Tür auch nicht auf und deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie an diesem Generator arbeiten, um das Ding richtig mal mit Energie zu versorgen. Ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so aussieht, aber ich habe hier so eine Art, so ein Board, wo verschiedene Dinger drin sind und so ein blaues und ein orangenes. Hm, ja, habe ich auch. Und bei blau ist da einfach so eine Kugel, ich schätze mal, wir müssen die blaue Kugel quasi in das orangene reinleiten. Bei mir ist es genau andersrum, bei mir ist im orangenen die Kugel und ich muss es zum blauen bringen. Okay, und dann habe ich hier nochmal extra so eine Maschine, das sind verschiedene Buchstaben, da sind so Dinger drauf. Zahlen von 0 bis 7 und... Ah, ich habe hier, genau, ich habe auch Zahlen und ich habe A, B, C, so Knöpfe A, B, C, D, E. Die habe ich auch. Und hast du da auch daneben diese solche Linien? Ja, rote Linien, ne, von irgendwie dem einen Feld zu einem anderen oder so ein T-Feld oder so. Ja. Also ich könnte jetzt mit A quasi schon meine ersten beiden verbinden, aber bei A steht bei mir eine 0. Jetzt habe ich vermutlich 0 davon übrig. Hm. Wenn ich auf B drücke, kommt da so ein Rohr raus. Ja, kann ich das da reinstecken? Hm. Ich kann... Okay, jetzt sind die miteinander verbunden, aber... Aha, da, dieses Rohr, verstehe. Ah, hier, Sub, ich glaube, wir teilen uns das, weil jetzt habe ich bei B auch 0. Okay. Und bei C habe ich auch jetzt schon 0 und bei E habe ich 0 und bei A habe ich 0. Ja. Kann ich die denn da quasi auch wieder reinstecken? Ja, dann haben wir da wieder 1. Okay. Hm. Ah, hier, Sub, und jetzt sehe ich... Jetzt sehe ich bei dem ersten Feld hier, hatte ich kurz bei einem schon so ein blaues Leuchten da quasi gesehen. Okay. Hm. Jetzt, weil ich nehme mal das eine kurz, ich weiß nicht, wie, was... Kann ich das wirklich da drauf einfach packen? Ja, so. Ah, dann für das. So, okay. Vielleicht müssen wir da auch quasi zusammenarbeiten. Ah, jetzt habe ich hier ein orangenes, ja. Hm, genau. Kann ich das mit so einem Dreier hier? Hier müsste ich das doch verbinden können. Äh, wenn ich jetzt darf. So, jetzt habe ich eine orangene Kugel bei mir da oben drin. Ja, das ist jetzt aber immer zurückgegangen und das nächste ist aufgegangen. Ja, weil ich jetzt auch das B von dir verbunden habe. Also, mit dem B-Rohr habe ich, äh, das Blaue, was du mir dann gebracht hast, auf die andere Seite verbunden. Okay. Das haben wir das eine schon angemacht. Ja. Jetzt habe ich am Anfang mein Blau und da hinten ein Orange und du hast dein Orange, ja. Verstehe. Hm, hm. Hm. So, ja, jetzt muss ich die orangene Kugel zu Blau bringen, Fursi. Müssen alle Felder belegt sein? Nee, beim letzten Mal war das auch nicht. Nö, nö. Fassi, soll ich übernehmen? Ich mache mal kurz was. Hm. Ich bring mal das Blaue dahin. Kannst du damit etwas anfangen? Kannst du das Blaue dadurch zu deinem Blauen bringen? Äh, ich weiß ja nicht, muss ich das Orange nicht eigentlich auch irgendwo hinbringen? Ähm, das Orange bringst du auf ein Feld, damit ich das dann zu meinem Orangen bringen kann. So funktioniert das halt. Okay, ähm, nee, ich glaube nicht. Das bringt dir nichts? Okay, dann kann ich mir was anderes probieren. Äh, und zwar mit einem A. Die Rohre sind jetzt auch weg, ne, die man beim ersten Mal benutzt hat. Ja, da kommen wir nicht mehr ran. Oder haben wir jetzt neue bekommen? Ja, wir haben jetzt mehr bekommen. Ja, wir haben neue. Aber hier, bringt dir der Puppe mehr? Ich habe jetzt den Blauen an einen anderen Punkt gebracht. Also ich bräuchte jetzt quasi den Blauen, muss ich da hinbringen, jetzt auf dieser Höhe, ganz rechts bei mir. Da muss ich den Blauen hinbringen. Aber so ein langes D ist nicht lang genug. Oder wenn ich jetzt ein D und ein Dings nehme, ein D und ein A. Du könntest auch über mehrere machen. Du kannst es noch einmal verbinden, dann kann ich es noch einmal für dich verbinden. Nee, D ist nicht so lang, dass man da eins überspringen kann und darüber. Das funktioniert nicht, das ist quasi zu groß. Also die sind nicht genau so lang, dass man einfach waagerecht drüber die Rohre legen könnte. Wie gesagt, also, ähm, ich kann dir nochmal zum Kontext die andere Position zeigen. Das ist ja dann auch, ne? Wenn ich jetzt den Blauen... Nee, das ist zu kurz. Dann brauche ich das so ein anderes. Ach nee, so eins brauche ich hier. Das wollte ich. Und zwar, wir können über die Symbole kommunizieren, weil so gesehen, ich habe es dir ja zu der, äh, zu dem Vier-Eck-Rauten-Vier-Eck-ähnchen gebracht. Genau, und jetzt sehe ich es gerade bei mir beim, äh, Fünfeck-Leuchten. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige... Na gut, ich könnte das noch... Ich könnte das dahin bringen, wo es jetzt ist, oder zum Kreis? Die Frage ist, äh, von welchem Symbol könntest du es, äh, verbinden mit deinem, wo es hin soll? Äh, wenn man das... Ja, kannst du es mir denn jetzt, wo, könntest du es denn jetzt hinschicken? Ich kann es dir jetzt zu dem Kreuz hinschicken, ich kann es dir... Zum Kreuz muss ich das schicken, das Kreuz ist bei mir das Fünfe. Ich kann es dir jetzt zu dem, äh, Co, also zu dem A-Sechseck ist es, glaube ich, schicken, äh, was gefühlt wie so ein, wie so ein Brot-Leib aussieht, oder so, wenn man verstehe, was ich meine. Ja, ähm... Ähm, ja, schick es mal zu dem Sechseck. Okay, mach ich mal, dann hole ich mir nochmal ein A. Ah, nee, 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 ich brauche dafür ein C, und das haben wir nicht mehr, das geht nicht. Okay. Äh, äh, eins, hast du zufällig noch ein B? Bei dir? Ein B? Nee, ich hab, also ich kann ein B rausholen, also ein B ist noch übel. Nee, 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 das, das Quark, ich brauche ein mit einem B und einem A, warte mal, lass das mal probieren. Äh, wenn ich das jetzt, äh, schick das mal zu diesem Brot-Leib, ja, zu dem Diamanten-Brot-Leib, whatever, zu einem Sechseck. Oh, das ist, okay, das D ist zu lang, ups. Dann brauche ich dafür... Hm, Moment mal. Ah. Okay, mit dem D geht das nicht. Ich müsste das jetzt so... Und dann... Ach, das ist noch ein anderes Kreuz hier. Ja, gut, dann macht das Sinn, wenn ich das jetzt so rüber mache und dann zu dem Kreuz, ja. Hm, hast du noch ein C? Nee, ich hab grad nur 2 B, 2 mal B in Benutzung. Hm. Gut, dann kann ich's dir doch nicht zum Brot-Leib bringen, dann kann ich's nur so machen. D kann man wohl wirklich dann nur schräg verlegen. So, wenn das jetzt... Ja, jetzt, jetzt hab ich meinen blauen Ball ins Ziel gebracht, ja. Okay. Dann musst du jetzt mir nur noch irgendwie, ja, den Orangen irgendwo hinbringen. Hast, kannst du den Orangen zu dem, zu einem Kreis oder zu diesem, zu dieser... Ja, zum Kreis. Kann ich's schicken. Ah ja, warte mal, zum Kreis. So. Jetzt ist es beim runden Kreis, dann haben wir noch Oval und das Brot, sag ich jetzt mal. Naja. Aber es bringt mir leider nichts, weil... A ist zu kurz, um das damit zu verbinden, kann ich nicht. Ich könnte es nur so machen. Kannst du's dadurch zum Brot brechen? Und dann kann ich das so verbinden, okay. Ja, ich war grad wieder kurz geistig aufgekommen, weil ich jetzt gedacht hab, ja, ich muss ja jetzt nur den blauen Ball zu mir wohin bringen, aber ich müsste ja ebenso die Vorlage geben. Richtig. Guti. Dann sind wir jetzt beim letzten Board. Jetzt hab ich sogar, also... Jetzt hab ich noch... Jetzt haben wir drei verschiedene Sachen. Also, ich muss deinen blaues bringen, ich muss dein orangenes bringen und ich muss mein orangenes wegbringen. Also, drei sogar verschiedene Sachen. Also, ich hab einen blauen, den ich wegbringen muss und einen orangenen. Genau. Und ich hab selber nur... Ich hab nur einen orangenen, also ich muss zwei von dir wegbringen und einen von mir. Hm. Äh... Ja... Ich könnte... Mit einem... Was haben wir denn jetzt überhaupt? A haben wir auch gar nicht. Nee, A ist ja ein Quatsch. Wir haben zwei E, zwei B und vier C, so. Ich könnte mit einem B oder mit einem C anfangen. Also, ich könnte es entweder zum runden Kreis das Blaue zuerst bringen. Hm. Oder zum... Ja, Viereck, was auf der Spitze steht. Hm. Dahin könnte ich Blaue jetzt bringen. Das ist keins davon, glaub ich, in der Nähe. Wenn ich jetzt mal schaue... Wozu dieses... Da frag ich mir auch, wozu dieses Dreieckssymbol ist. Ist das dafür da, dass wir irgendwie dann zwei Orangen gleichzeitig dann verbinden, wie wir es brauchen? Wahrscheinlich. Oder so. Oder I don't know. Ich mein, wir hatten ja jetzt bisher auch noch gar nicht dieses T-Symbol über E. Dann wird das jetzt ja bestimmt auch eine Rolle spielen, irgendwie. Hm. Ich schau mal kurz, ob ich mit dem C irgendwie... Hm. Was ist denn, wenn ich das E dahin klatsche? Kommt das dann auf zwei... Gleichzeitig? Hm. Ich bräuchte wohl entweder... So, bist du jetzt an zwei Punkten Blau? Ja. Hab ich. Bringt dir das was, ist die Frage. Das ist die Frage. Ähm. Ich bräuchte es halt entweder beim Brotlaib, um es direkt zu verbinden, oder bei dem Kreuz. Weil ich glaube, wir haben ja... Zum Brotlaib komme ich nicht hin. Und zum Kreuz komme ich auch nicht direkt hin. Kommst du so direkt hin? Ja, jetzt wo ich direkt hinkomme, ist Kreis und halt dieses Viereck, was auf der Spitze steht. Da komme ich gerade direkt hin. Aber ich habe dir gerade halt das Blaue... Oh, hast du es rausgenommen? Achso. Ja, ich dachte... Weil ich hätte dir gerade in ein Rohr gelegt, damit du halt schauen kannst, ob du damit was anfangen kannst. Ähm... Das kommt dann hier rein. Jetzt ist das Blaue bei mir im Ovalen. Genau. Bringt es da irgendwas? Hm... Also zum Ausgang komme ich damit direkt nicht. Höchstens über Umwege wieder, aber dann wird es auch langsam mit Orange bei mir hier knapp. Hm. Sonst kann ich auch dir das probieren, indem wir zeigen, ob das irgendetwas bringt. Jetzt ist es ein Brotlaib. Haben wir solche? Ja, also zum... Das... Und haben wir da von dem Rohr, ja. Also das und auch das Brotlaib würde beides gehen, dass die blaue Kugel zum Ausgang kommt. Ja, du musst auch noch die Kugel zum Ausgang bringen? Ja, ich habe auch eine blaue... Ich muss eine blaue Kugel zum Ausgang bringen und dann habe ich einen orangenen Ausgang noch bei mir. Äh, ich habe auch beides. Deswegen brauchen wir den Doppler, ja. Verstehe. Soll ich dann beide so verlegen? Äh, mach das mal zu dem Brotlaib hin. Mach's einfach mal so, ja. Jetzt ist bei mir blau im Ausgang drin, aber ich habe jetzt noch einen zusätzlichen blauen Punkt, den ich jetzt quasi gar nicht mehr brauche. Aber ich brauche den noch. Okay. Ich brauche den noch beim Kreuz. Hm. Also du musst jetzt blau zum Kreuz bringen. Äh, du musst blau zum Kreuz bringen. Ja, beziehungsweise du brauchst blau beim Kreuz. Richtig. So. Na, na okay, dafür bräuchte ich aber ein B. Und die gibt es nicht mehr. Ja, ich habe jetzt quasi die beiden B verbraucht. Und jetzt habe ich langsam auch keine, jetzt habe ich nur noch eine einzige Kombination, wo ich Orangen schlägen könnte, weil mir sonst alles andere belegt ist. Hm. Ja, so geht es eh nicht, weil so kann ich mal, ich bräuchte halt dafür ein B. Also räumen wir wieder ab. Ja. Richtig. Das war schon mal der falsche Weg. Hm. Ich könnte jetzt den Anfang noch mit einmal B oder mit einmal C legen. Ich habe jetzt mal alles zurückgemacht, was ich hatte. Ich habe jetzt ein leeres Feld wieder. Ich auch. Hatten wir nicht bei C3? Ich habe zwei selber noch in der Hand. Ach so. Okay. Äh, ich schläge jetzt mal, probiere mal das. Weil C haben wir mehr, deswegen probiere ich jetzt mal mit C anzufangen. Hm. So, jetzt ist blau beim Viereck, was auf der Mitte steht. Bringt dir das was. Kannst du blau vielleicht von da zum Brot bringen oder so? Direkt verbinden nicht, aber ich kann es zum Beispiel zu... Welches war es, damit du es zum Kreuz bringen konntest? Musste ich dafür zum Oval gehen oder zum Fünfeck? Äh, also ich, um blau jetzt ins Ziel zu bringen, müsste ich jetzt zum Brot kommen. Ja, aber für mich, wie hattest du blau nochmal zum Kreuz gebracht? Äh, das ist eine gute Frage. Übers Fünfeck. Hm. Ist über Fünfeck Oval oder Kreis? Das geht alles drei bei mir. Fünfeck Oval oder Kreis? Hm. Also wenn ich das so mache... Dann kann ich das mit einem B... Aber dann bräuchst du noch eins, deswegen nehme ich das mal kurz weg und den mache ich einfach mal mit dem E. Weil dann kann ich entweder... Ah, hier, über das Fünfeck, siehst du, so machen. Ja, und jetzt kann ich das zum Kreuz theoretisch bringen, mitten auf einem C. Das ist jetzt aber das letzte C. Genau, dann bräuchte ich aber noch einen B von dir. Ah, B hast du wieder reingepackt, dann bräuchte ich auch noch mal kurz in C rein. Jetzt ist blau beim Kreuz. Hm. So, und dann kann ich das hier... Dann hätte ich jetzt für mich schon mal um blau gekümmert. Aber die Frage ist, kannst du jetzt dein blaues auch verbinden? Äh... Ja, mit noch einem C. Also hattest du noch eins kriegen können, oder? Oder sind die jetzt ausgegangen? Nö, also ich habe jetzt mein blau verbunden. Okay. Aber jetzt sieht es bei mir mit Orang-Düster aus, weil ich jetzt das Brot-Symbol bei mir quasi abgeschnitten habe. Hm. Na, das ist natürlich nicht gut. Also ich kann, wenn wir jetzt das Brot-Symbol quasi... Und ich bräuchte auch noch ein... Nee, das geht nicht, weil ich bräuchte jetzt quasi noch ein C. Und das haben wir ja jetzt nicht mehr. Äh, doch, das habe ich dir gegeben. Okay, aber dann müsste Orange irgendwie zu oval bei dir gehen. Das kann ich machen. Warte mal. Ohne das letzte C zu benutzen. Hm. Oder kann ich das? Ich schau mal. Ja. Kann ich das eh dafür nutzen? Nee, das geht nicht. Oder? Oh Gott! War einfach ausgespuckt. Ähm, gut. Hm. Ich glaube, das geht nicht, oder? Nee. Hm. Kannst du das? Nee. Nee, ich muss dir das ja irgendwie... Nee, das einzige, was ich jetzt noch legen kann, so wie es ist, ist oval zu orange. Mit einem C-Rohr. Hm. Mach das mal. Ich habe jetzt vier C-Rohr bei mir verbaut. Hä? Also dein Orange geht zu oval? Ja. Komisch. Bei mir ist beim Oval leuchtet nicht orange auf. Also ich habe jetzt aber auch gerade in dem Oval auch kein orange drin, aber das ist das Einzige, was ich jetzt gerade legen könnte. Achso, du meinst, du hast ein Orangenes, was nicht leuchtet mit dem Ovalen verbunden? Ja. Achso, ja gut, das bringt ja natürlich nichts. Ja, aber das ist das Einzige, was ich jetzt legen könnte in dieser Konstellation. Hm. Oder kriegst du, weil das letzte blaue Rohr bei mir, das blockiert halt jetzt so ein bisschen, schaffst du es nicht, den blauen Punkt zum Beispiel zum Brot zu bringen? Dann hätte ich viel mehr Platz. Hm. Hm. Ich könnte... Könnte ich das jetzt hier wegnehmen. Ich könnte so machen. Dann könnte ich... Hast du ein B über? Ja. Ja, das bräuchte ich mal bitte. Äh, kann ich machen. So, dann habe ich jetzt blau nämlich auf eine andere Art und Weise verbunden und ich hätte jetzt Platz für ein E-Stück. Ich könnte jetzt genau ein E-Stück in das, was ich noch offen habe, reinlenken. Dann ist bei mir alles belegt. Dann mach das mal. So, jetzt bin mir die ganze Wand belegt. Die Frage ist, muss ich es jetzt zum Oval schicken oder zum Fünfeck? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Also bei mir ist alles verbunden. Ja, jetzt ist das Anfang schon auch im Ziel bei mir. Ja, passt. Und jetzt bin ich das letzte. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. So, das letzte Ziel. Das muss dahin. Wir schaffen es auch. Sehr schön. Connecting the dots. Perfekt. So, geht jetzt das da? Ja, jetzt ist das da aufgegangen. Ja, geht der Strom. Kann ich heute die drei Kilometer hier zurückrennen. Richtig. So, da sehen wir ihn da oben. Hello. Kann ich dir auch um die Brust jetzt schießen? Nein. Komm her. Hi. Äh. Dich fick ich noch. Scheiße. Ich meine, ja. Ja. Deins war... Oh, jetzt ist es zugegangen. Okay, da drüben auch. Ich dachte, ich kann mir das jetzt bei dir mal angucken, aber... Nein. Spiele sagt nein. Dann müssen wir vermutlich jetzt hier den Octopussy-Schalter drücken. Geht es jetzt wieder nach unten? Wahrscheinlich, ja. Dann habe ich ja Bock drauf. Ja, und wieder in die Tiefe. Yay. Time to die. Wie kann man sie nochmal drücken? Äh, äh, Linguastik. Ah, okay. Hi. Hi. Okay, warte mal. Ich glaube, jetzt hast du den einen Vertrag auf dem Arm und nicht mehr ich. Okay, aber doch irgendwie die Rollen getauscht anscheinend. Hm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mein Mieke... äh, dass mein Bokitalk immer noch dasselbe ist. Ja, du hast bei mir dieses Neue und ich habe das Alte, quasi. Hm. Vielleicht, weil ich jetzt der Host der Session bin. Weil ich dich diesmal eingeladen habe. Ich glaube, sonst war es anders. I don't know. Ja. Weil du hast jetzt hier das eine Ding am Arm. Können wir nicht beschweren, dann kannst du gerne warten. Äh, ja, lass uns mal neu starten. Hehehe. Yeah. Es war doch schön eine ganze Weile, damit wir hier irgendwie... rumschlawinern können. Fischi. Äh, nee, jetzt kannst du auch mal erleben. Geiler Heier. Hm. Also ich war in diese Kugel, als noch kein Strom war. Das war weitaus unangenehm. Okay, wir waren auch irgendwie zum Meeresgrund. Gab's denn da noch irgendwas, wo es jetzt weitergehen könnte? Hehehe. Vielleicht, hehehe. Oder hat dafür unten auch schon quasi die Tür geklemmt, dass wir jetzt durch meine Tür, die geklemmt hat, raus müssen und da geht's dann weiter. Wahrscheinlich eher durch die Tür, die hier in der Mitte steht, oder so, oder die Kapsel da rein. Ja, schönes Licht, schöne Musik. Müsste der Druck nicht auch langsam unangenehm werden? So, wer setzt sich? Oh. 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 Ähm. Da komm ich. I do it. Ja, du lässt mich da zurück und haust ab jetzt, oder was? Ja. Hehehe. Ja. Okay, jetzt ist bei mir hier in der Mitte ein Podest hochgefahren mit Symbolen drauf. Ja, ich hab hier auch ganz viele Symbole. Ich hab hier einen roten Schalter. Ich hab hier einen Ohrschalter. Oh Gott. Oh, ne Scheiß. Oh, stop. Ähm. Wir haben hier einen schönen Oktopus, der uns jetzt gerade ein bisschen ranzieht. Ähm. Okay. Oh shit, okay, und oh Gott, ich glaub, ich hab den Fehler gemacht. Oh Gott, das ist wie Resident Evil hier, dieses fucking Auge in dem Mund oder so. Äh, und das zeigt mir jetzt ein Symbol? Was? Okay. Was willst du von mir, Junge? Was für ein Symbol? Äh, irgendwie so ein, so ein Pfeil nach oben und unten. Das, das Symbol hat er mir gezeigt. Äh. Ist bei dir irgendwas passiert? Nö. Ich hab hier quasi so ein Buch, wo Symbole drin sind und dazu Wörter, als ob die Symbole irgendwas heißen. Okay, er ist freundlich, er redet mir mehr. Wenn ich hier, ich kann so einen Knopf drücken, wo ich was von ihm hören will, das ist auch verbunden mit ihm so, dass ich was hören kann und dann zeigt er mir mit seinem Auge ein Symbol. Und das ist dieses Symbol, das ist so, das kann ich mir auf dem Bildschirm anzeigen, das ist so eine, keine Ahnung, so eine Stange halt, äh, die mit so Wölbungen, I don't fucking know. Ja, aber die hab ich an mehreren Symbolen dran. Hab ich die hier auch? Nee. Beantwortet die Fragen richtig, steht bei mir noch. Mhm. Ich hab hier halt ganz viele, äh, genau. Ich hab hier jetzt auf der rechten Seite halt Symbole, die ich auf einem Bildschirm aktivieren kann und dann kann ich sie ihm übertragen. Du hast nur dieses eine Symbol oder wie? Äh, nee, ich hab zwei Symbole. Ja, was ist denn noch? Also auf der rechten Seite sind ganz viele, da kann ich eben so irgendwie Menschen, Stühle, irgendwie zweiköpfiger Mensch, äh. Ja, Menschen hab ich auch, Stühle hab ich auch. Raumschiff oder so, irgendeine fucking Snake-Schlange, ne eckige Snake-Schlange, äh, fucking, äh, Lümmel, äh, so'n, so'n, so'n fucking gefühlt Mensch mit zwei Armen, I don't know, drei Armen, ne, drei Beinen von einem Arm. Und halt auf der anderen Seite hab ich nur vier Symbole. Das ist dann irgendwie ein Schnäuzer, so'n W-förmiger Schnäuzer, ne, ne, eher dickere, siehaut sind jetzt Zitrone oder Raute. Ja. Dann halt so'n dickes Minuszeichen und dann halt diese eine vertikale Stange oder so, ja, so, genau. Die hab ich auch. Ich, also bei mir setzt sich quasi immer ein Wort zusammen aus zwei Symbolen. Eins aus der einen Abteilung und eins aus der anderen. Mhm. Und die Sache ist, was er mir halt jetzt überträgt, also was er mir sagt mit seinem Auge, ist halt, äh, dieses Flötensymbol, sagt er mir. Ja, und nur das eine? Ja. Weil ich hab die Flöte, wie gesagt, an mehrhoch in... Er hat halt nur ein Auge. Er, äh, er macht halt so'n Sound damit, so, äh, äh, aber, ja, mehr ist das halt nicht. Joa, ich hab die Flöte an vielen. So, der, hier steht, beantworte die Fragen richtig. Also wir können quasi mit dem reden. Ja, genau. Also ich kann ihm, ich kann ihm zuhören halt. Dann zeigt er mir mit seinem Auge das Symbol, und dann kann ich ihn jetzt hier zwei Symbole abschicken, und, ja, das ist dann, ja, whatever. Ich weiß nicht, was das mir in der Mitte hier sagen soll. Ich zieh mal hier, mal gucken, was passiert. Das klang zumindest falsch. Ha, dödl. Ich hab nichts gehört. Okay, das klang anders. Ich weiß ja nicht, ob ich den gerade anpisse quasi, indem ich irgendwas sag. Also bei mir geht er auf nichts, entschuldigt hier. Okay, bei mir kommen ganz komische Geräusche. Ach, die kommen hier aus diesem Megafon raus, aber sollt mir das irgendwas sagen? Ich kann ja keine Geräusche auf Papier bringen. Hm. Also die Flöte, die Flöte steht bei mir bei Nein, bei Gerechtigkeit, bei Waffe, bei Grüße. Grüße können wir vielleicht anfangen. Bei Floß, bei Liebe, Beleidigung, Rache. Und bei was? Kann ich Grüße drücken? Wir begrüßen den erstmal. Ist diese Welle nach unten. Hab ich die hier irgendwo? Also ich glaube, ich muss ihm antworten, weil ich hab hier zwei Bildschirme. Ich kann die Symbole auch ab- und wenn ich den roten Hebel drücke, übertrage ich halt irgendwas. Vielleicht ist das hier bei mir so ein Übersetzungs-Ding. Ja, vielleicht. Das ist jetzt Grüße. Ich hab jetzt quasi gehört, wie Grüße klingt so, aber... Genau, weil... Wie soll ich ein Geräusch beschreiben? Sein Geräusch war dieses... Jaja, das hab ich jetzt auch gesagt. Das hab ich jetzt auch gesagt. Das heißt Grüße. Er sagt Grüße. Okay. Und vielleicht steht daneben, was wir auf Grüße antworten sollen halt. Nee. Okay. Schade. Wir müssen mir auf jeden Fall antworten. Mit einer Kombination aus zwei Symbolen. Ja. Beantworte die Fragen richtig. Guck mal, er sagt Grüße. Dann sagen wir... Spülbecken. Grüße. Spülbecken. Gibt's... Hab ich hier nicht vorhin noch Hallo gesehen oder sowas? Ja, hier Hallo. Der sagt Grüße, dann sagen wir Hallo. Hallo ist der Penis mit dem Kreuz obendrauf. Ah, nein. Okay, der Lümmel. Genau, mit dem Kreuz obendrauf. So ein A, so ein Hügel mäßig. Ja, ja. Und was ist das zweite Symbol? Äh, die Zitrone. Die Zitrone. Gut, dann schicke ich das mal ab, ne? Keine Ahnung, Schiefgehen. Das ist bei mir so ein Raschelgeräusch, wenn ich das runterdrücke. Okay, es passiert zumindest was. Ja, er reagiert auf meine Nachricht. Er zieht ein Tentakel zumindest schon mal zurück. Das ist eine gute Nachricht. Okay. Sehr schön. Jetzt hat er mir diesen Wehbart zweimal geschickt. Und dann... Zweimal? Zweimal den Wehbart und dann den Strich. Also dieses Minus, oder...? Genau, dieses dicke Minus. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Wehbart, Wehbart, Minus hat er mir geschickt. Und wie gesagt, nachdem wir die richtige Antwort geschickt haben, hat er ein Tentakel schon mal von unserer Kapsel zurückgezogen. Macht der wieder ein Geräusch irgendwie? Ja, macht er. Er hat eins, zwei, er hat noch drei Tentakel. Ich kann noch mal hören, wie dieses Geräusch ist. Ja. Das erste klingt wie so ein Orca-Wall oder ein Team. Ja, okay. Das zweite War. Ähm, ich auch noch mal kurz. Okay, oder wir machen erst mal das erste dieses Orca-Ding. Sie sucht das mal bei mir, um rauszufinden, was der erzählt. Okay. Oh, das hält das ganz lösend. Okay, ich hab hier drei verschiedene zur Auswahl. Ist das so ein Ö? Oder so ein Ö? Das ist so ein tieferes. So ein helleres. Oder so ein Ö? Nee, ist so ein Ö. So ein helles. Okay, ich schätze mal, das ist das. Das ist die Welle. Das ist die perfekte, aber nee. Ähm, jetzt sind wir auch wieder bei zwei, drei Minuten. Deswegen, glaube ich, sollten wir auch wieder mal einen Cut setzen, oder? Äh, ja. Das ist eine kleine Welle, große. Okay, das müsste, wer müsste der jetzt sagen, schätze ich mal. Vielleicht wer bist du, oder so. Ja. Aber gut, äh, ob wir jetzt von dem Ding gefressen werden, oder uns rausreden können, sehen wir dann mal im nächsten Part. Bis dann, und ciao. 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 Ciao.